Am 2. Juni ist es wieder soweit. Wir feiern Kinder- und Tierparkfest in Perleberg. Und ich möchte mit allen Eltern des Jahres 2018 den Geburtsbaum für ihre Kinder pflanzen. Damit das auch gelingt, rufe ich Sie auf. Liebe Eltern, melden Sie sich unter der eingeblendeten Telefonnummer bei mir im Rathaus, damit wir genau wissen, welche Eltern kommen mit wie vielen Kindern. Und ich freue mich schon darauf, Sie dann mit freiem Eintritt beim Kinder- und Tierparkfest zu begrüßen.